Ah, es nimmt auf, wunderbar Ja, guten Tag, ich wollte mich hier nochmal von Mallorca melden So ein bisschen mit Stand der Dinge und ein paar Neuigkeiten Und was gibt es so zu erzählen Die Pearl ist immer noch in Polizei gewahrsam Aber es tun sich halt so ein paar nette Dinge Letzte Woche, vorletzte Woche inzwischen ist Ein Zeitungsartikel erschienen Über die ganze Geschichte, wo halt auch der gesamte Text Darin abgedruckt war, den ich in meiner Gegenanzeige verwendet habe Der ist irgendwie so bei dem Journalisten gelandet Ich habe keine Ahnung wie, ich weiß nicht Also kann sein, dass er es tatsächlich direkt vom Bürgermeister von Cap de Pera bekommen hat Die Pearl ist immer noch in Polizei gewahrsam Ich habe keine Ahnung wirklich warum Aber im Moment ist es halt so, dass die Richterin die entsprechende jetzt erstmal noch vier Wochen in Urlaub ist und so Aber ich habe eine Ich habe eine Pflichtverteidigerin Also so wie die Sachen gelaufen sind Mit dem Peace Trail sind wir im Prinzip genau an der Stelle, wo ich einfach jetzt nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen kommen wollte Weil das in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren eigentlich sehr untergegangen ist Der Peace Trail ist eigentlich so das, was ich überwiegend mache Das ist der Grund, warum ich Tattoos gestochen habe in den letzten Jahren Um halt eben Sprit bezahlen zu können und den Peace Trail machen zu können In dem es vor allen Dingen für mich darum ging Sehr viele von euch kennenzulernen Wie ich halt im Internet kennengelernt habe und dann halt eben auch live connecten wollte Was dann letztendlich dazu geführt hat, dass ich letztes Jahr halt nach Spanien gekommen bin Um da halt auch zu erfahren, dass ich eigentlich überall Familie habe Was halt hier jetzt im Prinzip auch sehr gut sichtbar ist Weil seit wir vor wieviel Wochen, wann haben die uns die Pearl weggenommen? Hä? 8 Wochen Ne, ist doch keine 8 Wochen mehr Wie lange seid ihr hier? 5 Wir sind jetzt schon 3 Wochen hier, ne? Und davor waren wir, wie lange noch auf der Finca? Auch 2 Wochen 2 Wochen, so 5 Wochen Minimum ist die, ist die, ähm, ist die Pearl jetzt schon weg Aber wir sind halt nicht einen einzigen Tag obdachlos gewesen Wir haben zwar freiwillig die, komm mal hier vorne hin Wir haben zwar freiwillig 2 Wochen unter freiem Himmel geschlafen Aber das war, weil wir das wollten, weil wir unter freiem Sternenhimmel geschlafen haben Wir hätten halt auch im Zimmer schlafen können Aber das hatte nichts mit wirklicher Obdachlosigkeit zu tun Weil wir halt eben hier ein Netzwerk haben, das uns auffängt Also jetzt nicht nur hier uns beide, sondern das alle auffängt, die zu diesem Netzwerk auch dazugehören Sondern ist hier halt eben Sind wir hier bei sehr guten Freunden aufgekommen, aufgefangen worden Die hier halt eben, ihr habt am gleichen Tag, wo die uns die Pearl weggenommen hat Oder am gleichen Wochenende bestand für die beiden halt eben plus Kinder Und hier halt eben genau das gleiche Problem Die, das Obdachstand, äh, auf einmal nicht mehr zur Verfügung Und man musste dann auf einmal halt eben für, für Ersatz sorgen Und bei euch war es halt auch so, dass ihr einfach habt laufen lassen, ne Und am Abend kam tatsächlich ein Anruf Und noch bevor die nächste Nacht kam, war noch wieder ein Dach da Das halt eben hier ein Haus ist Mit einem angeschlossenen Apartment Was halt im Moment auch vermietet werden kann Wodurch zwei weitere Leute hierher kommen Die letztens halt eben auch schon Ne Woche, zehn Tage hier im Urlaub waren Und, ja, und sich dann entschieden haben, dass wir ganz hierher kommen wollen Nächste Woche kommt dann der Matze Dann haben wir hier auch vernünftiges Internet Ja, der Matze, der Matzias Der Matzias Und wenn der Matzias kommt, ist alles gut Also eigentlich ist jetzt schon alles gut Aber wenn der Matzias kommt, ist es noch viel besser Dann haben wir hier Internet Und dann kann ich hier halt auch eben Ähm, nochmal Internet Fernsehen machen Das heißt, wir werden nochmal anfangen live zu streamen Und neue YouTube Videos machen Bisschen, so ein bisschen einfacher als jetzt mit dieser mobilen Leitung nur Und bei all dem geht es natürlich Dass der Künstler Bauchi sich halt eben mit dem Projekt Weltfriedensinstallationen Respektive halt eben Peace Trail beschäftigt So, und da hatten wir jetzt halt noch eine Idee zu Aber das Ganze halt, weil ich das mittlerweile halt eben auch überhaupt gar nicht mehr alleine mache Sondern ganz viele Leute halt diesen Peace Trail mehr oder weniger aktiv auch mitmachen Aber halt eben diese Projekte eben nun mal einfach der Peace Trail sind Ist das nun eigentlich egal, ob die Leute sich Ob die Leute selber von sich behaupten Beim Peace Trail dabei zu sein Aber alles, was dazu beiträgt Diesen Frieden zu installieren Ist ein Teil des Peace Trails Der Weltfriedensinstallation Und wie das in dieser Welt nun mal eben so ist Ähm Funktionieren halt viele Dinge nun mal einfach wesentlich langsamer Wenn man keine Kohle hat Und dann haben wir uns halt überlegt, was wir machen können Und mir ist da ja was in die Hand gegeben worden Ich kann gut malen Und das ist das, was ich gerne mache Und das würde ich gerne in der Zukunft ein bisschen mehr machen Jetzt haben wir folgende Idee Um Geld für den Peace Trail zu generieren Wir hätten jetzt einfach Spendenaufrufe machen können Aber das ist nicht ganz unser Ding Also Haben wir uns überlegt, dass wir für Um Geld für den Peace Trail zu generieren Eine T-Shirt Kollektion machen T-Shirts Caps Leinwände Drucke Meine Bücher sollen auf jeden Fall dann auch Dann im nächsten Mal für mich verlegt werden Das halt eben Es ist ja genug Zeug da Damit man das halt eben machen kann Und ich möchte halt nicht einfach nur noch auf Spenden aufrufen Sondern wir werden die Sachen quasi sehr überteuert anbieten Aber halt eben mit dem Hintergrundgedanken Nicht uns daran zu bereichern Sondern letztendlich diese Projekte zu unterstützen Und dafür sorgen werden, dass irgendwann niemand mehr Geld braucht Das heißt Ich male und stelle eine Kollektion zusammen Und die kann dann halt eben gekauft werden Auf die Weise kann man uns unterstützen Da sind dann halt dann dadurch Ganz andere Sachen noch möglich Da kann man eventuell noch ganz andere Locations dann klar machen Wo man dann Permakulturprojekte und Begegnungszentren Das ist ein Traum, den wir hier alle haben Ein Begegnungszentrum zu schaffen Wo man sich frei drin bewegen kann Das im Zeichen von freiem Lernen steht Wo sich ausgetauscht werden kann Wo man hinkommen kann, wenn man bei irgendwas Hilfe braucht Wo wir uns eben seitlich helfen können So, ne Das ist dann deswegen halt eben Werden wir das auch zu überteuerten Preisen anbieten Und letztendlich sind das aber Sind das quasi wie Spenden Also das, was ihr jetzt an teuren Geld bezahlt Um ein T-Shirt Ein exklusives T-Shirt zum Beispiel zu bekommen Oder eine exklusive Tasse Ihr natürlich so ein Bruchteil anderswo auch bekommen könntet Aber halt eben diese Weil es halt eben Für den Weltfrieden ist Verdammter Hacke So Jetzt gibt es endlich mal was Wo man da mal vernünftig Auch mal Geld hinfließen lassen kann So sehen wir das Ich habe hier ein paar Nötissen gemacht Deswegen gucke ich hier mal so hin Ja, wie gesagt Es gibt dann halt eben verschiedene Sachen Also T-Shirts werden halt eben Wir haben eben mal geguckt So zwischen T-Shirts ungefähr 70 Euro Und die Hoodies lagen bei 100 bis 105 Euro Dadurch kommt aber auch wirklich bei uns dann was in die Kasse Und nicht der Hauptteil wird vom Hersteller verdient Dafür haben wir allerdings aber auch gesagt Wir suchen uns einen Hersteller, der nicht möglichst billig produziert Sondern haben jemanden gefunden Der mit 100% Baumwolle Fairtrade Was war da noch? Alles 100% Alles Bio Bio-Baumwolle Also wir wollen halt wirklich dann auch ein gutes Produkt liefern Und nicht einfach nur einen billigen Ransch Das heißt, für das, was ihr beitragt Sollt ihr auch halt eben was entsprechend exklusives bekommen Im Prinzip war so das Das Modell, was ich mir dabei vorgestellt habe Ich habe so diese Donald Hardy Nummer So die Kollektion Einfach sowas halt zu machen Das ist halt, was ich kann als Künstler Sowas zu machen Die Idee dabei war halt eben Dass alles, was ich da mache Letztendlich Creative Commons bleibt Also CC Das heißt, es gibt keine Copyrights Wirklich auf meinen Bilder Und Plagiateure sind herzlich eingeladen Diese T-Shirts zu fälschen Und billiger zu verkaufen Weil auf die Weise Habt ihr dann auch was davon Aber die Motive gehen rum Und die Motive stehen halt eben Letztendlich für dieses Projekt Und wenn dann halt eben Plagiateure Und es geht gar nicht von Profis Das kannst du gerade sein Der hier einfach einen Drucker zu Hause hat Und Bügelpapier bedruckt Und dann druckst du es dir so drauf Dann hast du auch ein Plagiateur geschaffen Und läufst für kostenlos quasi damit rum Aber machst halt eben Werbung Für diese Bilder Die halt eben ziemlich deutlich erkennbar sein werden Weil sie halt alle im gleichen Stil sind Und so kann halt letztendlich jeder helfen Und nichts ist irgendwie Was noch wichtig ist Da wolltest du noch drauf auf jeden Fall zu sprechen kommen Dass diese ganzen Gelder letztendlich An Fiskus vorbeigehen Ähm Da wird nicht groß Also was bei mir ankommt Wird nicht versteuert Das sind eure Gelder Die sind schon versteuert Die schieben ich quasi nur zu Damit ich damit vernünftige Sachen mache Wenn ihr mir nicht vertraut Solltet ihr definitiv Kein T-Shirt bestellen Ähm Und so Ne Hier Ich wollte mal noch zeigen Was ist da Also es gibt hier so Hier Das habe ich für die Jenny Von der Auswanderer Gemalt Aber sie Wollte nicht mitmachen Aber so in dem Stil Also es ist natürlich nicht ein Schaf Das war Das war auf die Jenny gemünzt Aber halt so Ich weiß nicht Ob ihr meine Bilder kennt Hier habe ich zum Beispiel Gleich noch eine Schnecke Irgendwo Die ist noch in Mache Ist noch nicht ganz fertig Aber Motive wie diese Würden dann zum Beispiel Auf den T-Shirts Oder Leinwänden Tassen Caps Blablabla Bestellbar sein Hier So muss ich das drehen Diesen Stil In diesem Stil Wird das dann alles sein Ähm Schreibst du mir was auf? Ah Ich höre es gerade kritzeln Er sagt doch einfach Ja Das war halt Du sagst Mit dem 100 limitierten Schatz Ja das natürlich Ja Vergesse ich natürlich nicht Aber das steht ja als letztes Ich musste das erst alles abarbeiten Ja So kann Ne So kann auf jeden Fall Keiner So kann auf jeden Fall Jeder helfen Und Ähm Halt eben auch einfach verbreiten Und wer dann halt eben Für 5 Euro Ein Plagiat Aus China kauft Wer macht das Hilft auf diese Weise weiter Und wer halt die Originale bestellen möchte Und den vollen Preis Dafür bezahlen möchte Um halt eben Uns für diese Projekte Einfach mal was zur Verfügung Zu kommen zu lassen Und damit wir dann auch mal Einfach mal was zeigen können Was wirklich möglich ist Ähm Der kann das dann halt eben Bei uns tun Ich werde nachher auf jeden Fall Noch ne Also hier noch wichtig So hier ab Der Stichtag Ist der 1. März 2015 Ab dann geht der Shop online Mit dem was ich bis dahin schon An Kollektion geschaffen habe Das wird natürlich Danach auch ein bisschen Weiter aufgestockt Aber bis dahin 1. März Wird der Laden online gehen Und ähm Da werden wir natürlich Bis dahin auf jeden Fall Noch ausreichend Berichten und Werbung machen Und euch sagen Wo ihr das alles könnt Da wir aber unter Umständen Noch in der nächsten Zeit Davon noch ein bisschen Geld brauchen können Zum Beispiel um die Pearl Wieder fahrbar zu machen Auf spanischen Nummern schildern Um sie dann irgendwann In Kürze wieder Auf terranischen Nummern Fahren lassen zu können Wie gesagt Das geht ja im Hintergrund Alles weiter Ja Ich bin jetzt erstmal 10 Monate Auf terranischen Nummern schildern Gefahren Und dadurch sind Einige Dinge entstanden Die gerade im Hintergrund Noch laufen Besteht durchaus die Möglichkeit Dass es anerkannt wird Und dann kann das jeder machen Also da sind wir immer noch dran Aber wie gesagt Das läuft gerade da hinten Seine eigenen Wege Da habe ich nicht wirklich Viel mit zu tun Ähm Aber für solche Sachen Wie Terrania Ist halt eben Wenn man mal ein bisschen Kohle zur Verfügung hat Da kann man halt eben Auch schon mal einfach Ein bisschen mehr Action machen Um mehr Leute drauf Aufmerksam zu machen Gibt es inzwischen Jetzt halt auch eben Die Möglichkeit Wir sind jetzt eben Zum Schluss gekommen Wie wir das jetzt richtig machen Deswegen das Was ich aufgeschrieben habe Hier stimmt gar nicht mehr Kann ich das auch ohne erzählen Folgendes Wir werden eine Sonderedition machen Es wird 100 Limitierte T-Shirts Also auf eine Stückzahl Von 100 limitierte T-Shirts Mit einem speziellen Aufdruck geben Der auch nur Auf diesen 100 T-Shirts Zu sehen sein wird Den werden wir hinterher nicht Freigeben Für irgendwelche Tassen Kappen Bilder oder sonst irgendwas Und gucken was es ist Das sehen wir dann Das haben wir uns gesagt Machen wir bis Ende Januar 31. Januar Hört das auf Die T-Shirts die bis dahin verkauft sind Und das erste ist bereits verkauft Dadurch wussten wir Dass das definitiv die richtige Sache ist Das zu machen Und Bis zum 31. Januar Sind ab jetzt Unter der unter diesem Video Angegebenen Adresse Diese T-Shirts bestellbar Und zwar Für 100 Euro pro Stück Man könnte auch sagen Für jede Spende Über 100 Euro Geht ein T-Shirt raus Allerdings ist das halt eben auf Sind das nur 100 T-Shirts Und das ist limitiert Um das Ganze noch ein bisschen anzufachen Und Ach so Ja Diese 100 T-Shirts Alles was ihr beim Laden bestellt hinterher Bestellt ihr letztendlich direkt beim Hersteller Und bekommt es auch von dem geschickt Diese 100 T-Shirts Lasse ich mir zuerst zuschicken Und dann bekommt ihr von mir In das Paket Auch noch eine Unterschrift Ein Autogramm Ja Vom Künstler Und so Ja Und Für die ersten 20 Haben wir uns überlegt Kommt noch Eine kleine Überraschung Extra Ich habe selber noch keine Ahnung was es ist Aber für die ersten 20 Die eingehen Für die ersten 20 100 Euro Einzahlungen Und die entsprechenden Namen dazu Und die Adressen Gibt es Ein T-Shirt Eine nette Karte Mit dem Autogramm Von mir Und noch was Aber wir wissen noch nicht was es ist So Habt ihr das verstanden jetzt Dann schreibt da eine An dieser Adresse Ich will eins haben Name Adresse Eure Und dann können wir euch hinschreiben Können wir schreiben Wohin ihr dann Überweisen könnt So Und Ja Freut euch auf mehr Wenn der Matthias nächste Woche kommt Dann haben wir schnelles Internet Der bringt das mit In seiner Tasche Und dann gehe ich nochmal ein bisschen auf Sendung Nutzen wir den Winter und seine langen Nächte Mal Noch mal Vor der Glatze Aber wir machen das Programm selber Wir haben da so Wie lange das einfallen lassen So Friede, Freude, Eierkuchen Fickt euch Tschö Wann und Witz Macht's gut Und bis bald Jetzt ist für mich eher so eine gute Zeit Mal einfach nichts mehr zu sagen Einfach hier dann zu sitzen Und Nichts zu sagen Ein bisschen zuhören Einfach mal Nichts zu sagen Kein Wort Gar nichts Verkauften T-Shirts Sends Ah, die werden im Sends Nur noch 80 Ne, das passiert Achso, ja Kann ich ja natürlich Hier ist auch noch anmerken Ne Im Off der Sendung Wenn jetzt natürlich Bis zum 31.01. Nicht Alle 100 T-Shirts Auf 100 limitierten Stück zahlt Verkauft sind Dann werden die restlichen Die danach übrig bleiben Ab dem 1. März Im Shop Oder auf Ebay Versteigert Mit mindestens Mindestgeburt 100 Euro Das ist mal klar Also die gibt's hinterher nicht billiger Die gibt's hinterher teurer Wir wollen ja Geld Für den Weltfrieden Zusammenkriegen Wo ist denn hier Jetzt Man muss schon Anhalten So, wir halten Jetzt an Und ihr könnt euch Überlegen Ob er Eines von diesen Top Exklusiven T-Shirts Haben will Durch die ihr So sexy Sein werdet Dass euch 100 Jungfrauen Hinterherlaufen Oder Männer Und Unwiderstehlich Sein werdet Vor allen Dingen Für den Weihnachtsmann Und Den Osterhagen Liebe Grüße An dieser Stelle Auch an diese beiden So Falls jetzt allzu albern wird Drücken wir doch mal Lieber auf Anhalten Tschö Tschö